Die Strudelhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre von Hamito von Dodera Es ist hierher gehörig und muss daher gesagt werden, dass Mere ihrer eigenen Angabe nach während dieser Szene bis zum Jahre 1910 zurückdachte und an die damals neu eröffnete Strudelhofstiege am Wiener Alsergrund, wo ihr vor kurzem angetrauter Gatte sie einmal ganz unvermittelt geküsst hatte an einem warmen Herbstabend, da es nach den Blättern roch, die auf den steinernen Stufen lagen Wenn die Blätter auf den Stufen liegen, herbstlich atmet aus den alten Stiegen, was vor Zeiten über sie gegangen Amin